Also ich sage 38. Für so eine Scheißgeierei wollen wir jetzt offensichtlich die... Florentin sagt 8. Oh, die 8, ey, 108. Ah, die 8, immer die 8, immer die 8. Jetzt nichts mehr ohne 8. Ah, ha! Mann, ey, die 8. Ah, die 8, Mann, die 8, ey. Die 8, die 8, die 8, das war schon immer geile Pracht. Oh, die 8, ey. Warum, warum, ah, befolge ich nicht meine eigenen Regeln nicht, Trottel, ey. Oh, die 8, die 8, liebes Lieschen. Nein, 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 jetzt... Ich hatte auch die 8, die 8, und jetzt kommt ihr das hier an, Claude. Oh, da ist die 8, die 8, Leute, die 8. Nicht schlecht, nicht schlecht, du. Ich sage, wir haben hier, ich habe es euch heute schon prophezeit, deswegen möchte ich meine Prophezeiung umsetzen. Wir haben hier 8 Klicks. Okay. Ob wir wirklich treffen, seht ihr, wenn die Klicks einsteffen? Ah, yes! Yes! Die fucking 8, ich wusste es! Yes! In your face, Lars Pausen! Ah, ha, ha! Ja! Yes! Alter, ich wusste es mit Ankündigung, ich habe gesagt, die 8, ey. Oh, mein Gott. Ah, ha, ha, ist das gut! Ah, ha, ha, ist das gut, die 8, Alter! Yes! Ah, Punkte für mich. Ja! Ah, ha, 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 ist das schön! Ah, ha, ist das schön! Ah, ha, ha, ist das so schön! Los! Yes! Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, ist das gut. Gut. Herzlichen Glückwunsch. Ah, die 8. Sehr gut. Yes, Dior! Hast du sehr... Hey, ich gönne es dir auch. Yes, Leute! Also ganz im tiefsten Herzen, ich gönne dir das. Ach, geil. So, jetzt komm, mach schnell weiter! Ich brauche noch aufhören, ich muss noch aufhören! Nee, jetzt ist mega! Jetzt machen wir... Nee, mach, 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 mach! Lass uns... Okay. Ding! 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 Например?